Hey Freunde, was geht ab? Hier ist wieder euer Peter und mit mir auf dem Sportplatz ist PMTV, denn wir drehen heute wieder eine Fußball-Challenge. Heute drehen wir die Two-Touch-Challenge und jeder von euch zu Hause sollte wissen, was es bedeutet. Einmal annehmen und direkt abschießen. Punkte gibt es natürlich nur, wenn der Ball im Tor landet. Wie immer haben wir einen Torwart, nämlich Meti und praktisch werden es gegeneinander spielen und zeitgleich gibt es auf PMTV das Revanche-Video oder das andere Video quasi. Da haben wir dasselbe gemacht und da könnt ihr direkt abchecken, wer gewonnen hat und ich würde sagen, lasst uns loslegen. Jeder hat zehn Schüsse, das wäre vielleicht noch zu sagen. Genau, jeder hat zehn Schüsse, Meti geht schon mal ins Tor. Wir machen jetzt Schere, Stein, Papier. Machen wir. Okay, erstmal fair play. Okay, genau. Und jetzt geht es los. Wer anfängt. Schere, Stein, Papier. Ich mache die ganze Zeit immer Schere. In jedem Video müsst ihr immer darauf achten. Ja. Und er macht immer Papier. Okay, ich fange direkt an und ich würde sagen, viel Spaß bei dem Video. Jo, Daumen nach oben nicht vergessen. Okay, Freunde, jetzt geht los. Ach, was für ein Schuss, Mann. Oh Mann, Alter. Rückpasse darf ich eigentlich nicht in die Hand nehmen, ne? Ja. Bitch. Oh, der war nicht schlecht, aber Meti hat ihn gehalten. Es ist natürlich auch schwer, hier Tore zu schießen, meine Damen. Wir haben eine Katze im Tor. Oh Mann! Ja! Alter, ey. Mann! Oh, Alter! Der war gut gehalten, also Applaus. Der war echt gut. Klasse, Meti! Muss ich auch mal was machen, oder? Ja, war echt gut. Ja, war echt gut. Der war aber echt überlegt, der Mann, ja. Jetzt hab ich ja. Oh, Schützer! Oh, Schützer! Oh, Schützer! Oh, Schützer! Der kommt perfekt! Ich so! Ich lache noch ein bisschen weg. Komm, komm! Komm! Ey, Mann, ey! Komm schon wieder pervers, Junge! Du bist kein Zlatan! 05-0-0-0-0-0-0! Oh, Schützer! Oh, Schützer! Oh, Schützer! Ach, Schützer! Oh, Schützer! Oh, Schützer! Ja, Mann! Nein! Oh! Oh, mein Gott! Alter! Huu! Alter! Ganz einmal ein Schritt vorne, ey! Ja! 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 4-4, 10 Bälle sind weg. Wisst ihr, was das bedeutet? Stechen. Der Nächste, der trifft. Ich habe angefangen, also würde ich sagen, fange ich jetzt auch nochmal an. Ich habe mich schluss, es ist wie Golden Goal quasi und auf gehts. Nochmal viel Glück, fair play, Alter. Ja. Wie du den reingefickt hast, in den Ball. Ja. 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 Na Freunde, das war es. Ja. 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 Jetzt hat es richtig Spaß gemacht. Schaut auf jeden Fall bei PMTV vorbei. Also bei PMTV ist dasselbe Video auch nochmal, da könnt ihr abchecken, wer da gewonnen hat. Und jetzt, der Meti hat sich die ganze Zeit abgefuckt, deswegen stellen wir uns jetzt mal ins Tor, ja? Und Meti macht zu zweit. Einen einzigen, da könnt ihr alle über Meti lachen. Leute, das war's und Peter Lee, schaut schon bei PMTV dabei und wagt den Schuss ab.